Macht nimmer bereit I like the movie, movie I like the movie, movie Was die Himmelsstreife, The Supreme Muss man sich merken halt Was die, was they? Don't count Your Lo la 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 Oh mein Gott! Ich weiß nicht, wo der Controller ist. 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 Ich habe sie im Shop gekauft. Ich finde sie voll fresh. Ich werde sie ein bisschen versuchen. Ich werde sie dir in Battle passen. Ich schicke sie dir, wie sie aussieht. Das war's für heute. Ja, durch PS-App und wenn man PS-App hat. Ah, okay. Das ist so traurig, ich spiele nicht mal so oft. Ich habe gerade gedacht, das ist MRT-Niko drin, Antonio ist auch drin, ich weiss, Gala hat mich mal eingeladen, die hackt, die fliegt. Ah, jetzt kommt ihre Hängeglätte nach acht Jahren, wenn ich sie gehackt. Lass mich, weil ich kein Deutsch kann. Lerim, wenn du back bist, sag etwas. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. ein wenig. Hadei Dieb! Mann Lyriam, wir müssen den Win holen. Ich fühle mich arsch, dass wir jetzt gewinnen müssen. Mein Arsch sagt sonst, er macht selbst Mord. Also Lyriam, wir müssen wir müssen sweatern. Die Anladung ist abgelaufen. Ja... Das ist gut. Ich... Hadei Dieb stream. Ere? Ja. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Du hast mir gedacht, ich wollte gerade sagen. Ah, Boi! Lyriam, du bist Moderator. Was kann man eigentlich als Moderator alles? Ich kann Leute kicken. Du kannst mich kicken? Ah Leute, ah nicht mich. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Er kann das schon. Ich weiss. Das ist einfach... Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Gibt es überhaupt noch Roboter, die landen und sind weg? Eben! Sie zerstören sich selber, genau, wenn sie landet. Oh mein Gott, was ist das? Okay, einer hat jetzt in den Kopf. Siehst du, Roboter ist gerade wieder weg. Da wurde ich genug kaputt. Genau, genug, wenn... Bist du behindert? Hast du mich nicht gehört, wo? Hast du mich nicht gehört, kaputt? Ja, doch. Ja, das hat Spaß. Da. Ehre. Ich nehme nicht bereit. Ich nehme dich. Hucho! Eim ist, Eim ist so scheiße. Dich werそれは 써thnet schussendurch. Im Dich werken. Hucho! Jahrhund. Noch mal langer. Noch mal langer. Oh! Nein, bitte! Ey, das ist euer Sohn! Kämpft hier oben wie ein Pussy! Schau dir mal an! Ich nehme so ein Duo. Komm, danke. Schau, ich nehme das Duo da. So mit... Ich habe drei. Wir sind alle die Zerstörer von Pleasant. Aber nein, die scheisse Pussy! Hat nicht mal Ahnung, was das Spiel ist, glaube ich. Ich habe ein Minischild. Hat ein Healing. Oh, ich mache alles. Nein. Ah doch. Ehre. Immer auf uns! Immer auf uns! Ich kann die Kommentare nicht anschauen. Ja. Doch, drei Personen. Zwei. Er schlägt. So. Ja, easy. Pass auf. Ich gehe mit anderen in den Blut. Kill den jetzt schnell. Oh mein Gott, wie viele. Ich komme nie. Keine Zahl. Oh mein Gott, wie viele. Munition. Es ist für AR. Kann 0 zum Nachladen und 9 zum Schiessen. Ah. Wie viele hast du für SMG? SMG. Ich habe eine 3. Ich kann nicht mal SMG. Warte. Warum drücke ich eigentlich nie R2? Nein. Da steht Max und dort vorne sind Minis. Ich glaube einer. Wie viele Minis? 3. Wir geben einen. Ehre. Genau. Hehehe. Ich nehme das Hoverboard. Was gibst du mir wenn ich ein Brief verbunden habe? Ey nein, bist ruhig. Verpiss dich von mir. Du denkst jetzt auch du bist Apparat, gell? Ich schwöre. Ja. Mach doch gerade 38. Ja Jufi, was gibst du mir wenn ich auch 50? Wenn du 38 gerne wirklich schaffst, dann gebe ich dir 300. Spass. Ich gebe dir nichts, weil ich anstehe, dass du es schaffst. Nein, ich schwöre. Ich habe Angst, dass du es schaffst. Ja, du hast auch zu viel auf die Gäste. Aber ich kann mal einen Killer-Rekord machen. Was ist dein Killer-Rekord? Ach, sorry. Hey, mein Killer-Rekord ist 24. Wo geht er? Ich fliege da drüber, aber ich sehe ihn kein. Ich habe ein paar gehört. Ich habe einmal Flüger gesehen. Ja, ich sehe ihn sogar ein. Ich bin genau im letzten Moment. Fick du mich, den Hurensohn. Geh doch zu deiner Mutter, du Huren. Ich werde dich verlassen. Der Pit ist tot. Und das sagt mir nicht. Leer mich. Leer mich. Sag mir, wie der Pump hatte. Ich sehe, er schiesst euch so laut. Und knackt mich. Und dann sieht man das da. Was für laut hatte. Ich bin einfach in seine Scheiss-Batter-Rings hingegangen. Ich habe doch das in Scheiss. Dann sehe ich die Tür geöffnet. Und da ist nicht so safe-Schnaps drin. Da war doch Aya da. Aber hart, wo ist ein Team-Mate? Hat er versucht, nicht mal nachher zu kommen? Ah, jetzt. Zwei, drei Skärten. Eine, eine. Ein Drühe, ist gut. Scheisse, wir sind tot. Ich habe doch auch noch mehr. Nein, blieb da. Ich habe auch noch mehr. Nein, bleib da. warum das nimmer kann ich das name heck die granate rettet eustes leben die granate durchs leben kreativ ohne die die granate werden wir jetzt totlieren du bist gott und jetzt werden wir gleich wieder geholt geh weg von dem du hast zu viel vertrauen in deinen teammate keine märz oh my god ich hätte so gefickt aber ich habe keine märz gehabt und wie bist du eigentlich an dieser granate gestorben sag es mir und wer lacht überhaupt zu ich meine kommentare an wer zugelaggt hat nico und elia save elia lacht mir zu voll keiner wird zu schauen wie ich mir das ging in 5 stufe nach sie wohnung lang lang die spagettis hast du alles große brokkoli brokkoli als höchst Ich hab alles. Wie viel brauche ich, um das zu... Das könnte ich machen, wäre unnötig. Ja... Nein! Macha! Sicher nicht! Es hat Hoffnungen, dass mein Sirup und magischer Wies in mein Fernseh hineinkriegt. Und sie meint, sie denkt, dass der Sirup, das was ich jetzt bekomme, das Glas ist kleiner als der Monitor. Und der Monitor ist höher gestellt. Wir sollten es fliegen und nachher auf meinem Monitor ausleeren. Aber... Ah, Lin und Kumpfetel, ich schaff's nicht mehr. Wir haben es auch behindert gesagt. Was können wir jetzt in den Bus? Lisi. Ehre, ich hab's auch gewusst. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich bin... Besser als Eier. Wer hat das geschrieben? Mein Hauptort ist... 3 Milliarden. Biss mal ruhig, ich bin kein Rekord in 24, wenn das Garantin 16 ist. Nein, ich hab dich angeschaut. Rekord in 26. Rekord in 26. Genau. Ja, ich glaube ich halt nicht. Ja, ich glaube ich halt nicht. Rekord in 26. Rekord in 27. Rekord in 27. Rekord in 27. 28. Ich hab keine Lust aimen. Die Tag geht mir. Verpisst dich. 15. Das ist jetzt jemand. Neu, Muni! Lass mich! Ich war... Ich hab keine Lust, keine aimen. So anstrengend aimen. Ich weiss, ich schwöre, ich habe alles getroffen, wie du siehst. Ey, hör dir mal das! Bist du das oder die Gegner? Save die Gegner. Ich habe zwei Minutes für dich. Ich weiss, siehst du gerade noch? Nein, es sind die Gegner, ich habe das gewusst. Ich habe gerade das mit den Backmen nicht gemacht, aber ich mache mal. Geht los? Die beste Aim. Ich habe einen Hit-Kalier. Schwarz. Hol mir die Karte. 6, 7, 8, 4, 3, 2, 1, 0. Was ist 6, 7? Biss mal ruhig. Kannst du nicht lesen. 3, 2, 1, 0. Ich kann kein Lüsch bauen, weil ich Syrup trinken muss. Schwarz. Schwarz. Schwarze Fische sind am besten. Es gibt zum Glück keine Wiese. Geht's. Also du bist. Welch. Was? Elia du hast gez Soviet, glaube ich. Wieso kommst du nicht hin? Wieso kommst du nicht hin? Warum? Abscherlich. Ich habe gehört. Hört die Lange zu. Hast du gehört? Ja. Warum? Einfach. Ich werde gucken. Für die Zukunft. Für die Zukunft. Nein. 1. Kevin ist im Match. Wir werden sterben. Lil Mohamed, genau. Ich denke auch, der Taco King ist auch am Start. Ready? Nein. Apparat. Nein. Die Apparat sind Cousin. Red E. Wie würdest du den Clan einer Exo Zerzis? Zerzis. Oh mein Gott. Nein. Oh. Oh. Haben die da. Ich habe das richtig gemacht. Das ist ein bisschen schwierig. Ich bin die Polizei. 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 Scheiße! REVIVE DU DIEN TEAMMATE DU BASTARD! Also direkt auf FINISHEN! Ich habe nicht FINISHED! Ich meine den Gegner, nicht du! Nein! SAFE! SAFE macht das auch besonders skirmisch! Also auf TEAMMATE zugehe, um mich reviven, geht er direkt auf den Gegner! Jetzt hast du mich jetzt in den Stich gelassen und meine Karte zurückgelassen. Haram! Sie gehen sich lieber Minis! SAFE jetzt schaffst du nicht! Ich habe es gesagt! SAFE! Jeder denkt, du bist an Bord, weil du mit PS Plus spielst! Schön! Reef! Genau! Peek doch, wenn du... Was für Hoffnungen hast du? Die haben 800 mehr High Grounds und du denkst, du kannst sie umbringen! Mit 90 AP, Junge! Und sie können Pist... 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 Das ist so traurig Ede, wir sind scheiss in die Arena Sorry beim Verklachen, aber Kollege, ich bin voll im Gesicht Verbindert muss man eigentlich sein Wenn man Teammate killt, killt man auch den, der genockt wurde Das heisst, jeder Dreijährige, der das Spiel spielt Wenn du den jetzt holst Ich schwöre, ich hätte gemeldet, vergewaltigt und den wieder rausgekotzt Wegen diesem Scheisspieler Ich habe Bauchschmerzen Ich bin so f***ing schön und schaue mich Bruder, wieso? Wieso, wieso, wieso? Wieso, wieso, wieso? Mach so viel, genau, genau Okay, Liram, ich finde Ich finde Nowski Bildschirmor süss, da muss ich jetzt nehmen Scheiss Violetta Was ist der Unterschied von Soy Luna und Yandere? Was ist der Unterschied von Soy Luna und Violetta? Ich auch nicht Ich denke, das sind doch die gleichen Personen und das handelt ja genau das gleiche das ist eine nachmachung Schmaja was ist der Unterschied von Luna und Soy Luna? ja der Unterschied Soy Luna heißt so ich glaub so ich bin Luna ja das heißt du ich bin Luna gönnt weg gönnt weg Ach Mensch Soy Luna und Violetta was soll ich was meine Mutter heute Morgen gesagt hat als ich gesagt habe ich bin müde sie ist so ich würde so gerne tatschke bis 0 Uhr wach bleiben und schreien ja 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 sehr schwierig ist mit Bauchschmerzen zu essen Leren gemein egal ob vor uns jemand ist scheisse renn auf China wow ich bekomme ein Schopen ja easy damit kannst du zu mir kommen ja ich sag mal guck ich hab eh wie die ich hab eh wie die die Onkel aber zu haben sie wieder heilt hä das ist ja uhrgeil und das schlittert sich so schlecht dass auch ein Schreiner und den Augen mit Tränen sind denn nur das ist jetzt anstatt zu tränen nur keine Gruppe denn die kuh oh mein Gott Genau, er geht mit dem Schlitzfuss hin und es gibt 200 Irgenöppis Schlitz-Tactical Lirem, wir müssen da reinholen, wir sind zu unfähig Die Hunde, die gab's, gabi wieder, gabi 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 wieder Ach, nicht so Oh, ist ein Bild nah, von deinen Kindern Lirem Lirem Du weißt schon, YouTube hat das gerade mitbekommen Weil sie abgespielt haben Dass du meinen Onkel beleidigt hast Okay Freu dich schon auf eure Atmen So Ja Ja Wer hat immer amus aus dem Onkel, ich schwör Wer hat immer amus aus dem Onkel, ich schwör Fick dich, ich verschlah dich Hey, hat noch Hoffnung gehabt Lirem Wir holen die Win. Wir holen die Win. 80 Kills. Nein, jetzt ehrlich. Egal wie wenig Kills. Solange wir den Win holen, bin ich zufrieden. 1 Kills. Nein, nein. Einer von uns muss 10 Kills haben, während wir den Win holen. Und zusammen? Zusammen müssten wir um die 15 Kills haben. Was? Er hat doch gesagt, wo... Ich sag so! Ich bin im Stream, als du da gewesen bist, die ich eine Stunde hab. Und dann redest du dich einfach weiter über Terrarien. Ist es kurz zurück. Ist es kurz zurück. Nein. 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 2 Wappen. Ja, ich habe einen Pump. Bei mir da drin. Komm wieder da rein. Komm da rein. Ich werde kippen. Geradeaus. 1 Sekunde. Eine Sekunde. Fähre, ich werde doch... Danke. Schau, er ist am Nachladen. Er kann direkt schiessen. Ich mache nichts, ich kann ihn schiessen außer einmal. Mann! Scheisspump! Und da gibt's jetzt zwanzgeriet! Sogar ein scheissgraui! Wieder hat sich der Pistel wär besser! Grain! Mhm! Ja, Liriem, schau mal zu! Mach den bereit! Nein! Weißt du, was ich machen könnte? Ich kicken! Das kann nur Liriem! Was? Du weißt schon, Ard, du musst zuerst etwas schreiben! Was ich dazu willst? Bis jetzt, ich habe Kate mal wieder! Flöp! Ball, Flöp! Ball, Flöp! Ball, Flöp! Oh mein, oh mein! Ich habe gerade gedacht! Beste Ball, Flöp! Pferde! 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 Pf! Pfl! Pfl! Und DJ darf kachbarn! Also... Liriem! noch eine frage und der stream konzer vorne so keine loktose zuglaub wenn du jemals ein paar ticke wird es bei der werders gelieblich direkt ja okay Du bist super,聰明 und einfach Nein! Schwer und David Wie so? Schwer und David Schwer und David Du bist schwer, ne? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Shireen Shireen Und wer ist das? Erkensler Ein Zänger! Ey bist du schwul! Ich frage Liri Ich frage Arti was du sagst, ein Zänger oder so Liri du bist komplett Du gehst aus der Party Ardi Das ist eine Frau Ardi was lügst du? Du bist ein Zänger Ja auch Ja okay Gut Gut was du Tatja Karasowitsch Au Und ich bin ein Kaiwi-Doh Ich bin kein Kaiwi-Doh Wollt ihr mich einfach Sie sind Ich bin kein Kaiwi-Doh Ich bin kein Kaiwi-Doh Wirkensler 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 Dann Wirkensler Es ist Wirkensler Es ist ein Abstauber! Du gehst zu dir nicht... VAGINA! Du gay shit! Ich hab keine... Und das ist der Grund warum du gay bist. Hä? Ich weiss... Ich hab gar nicht was ich gerade gesagt hab. Und Ayub? Was und Ayub? Ich kann nicht sagen, dass du mal kaputt bist. Was? 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 Du musst zuerst. Ich hab ja gerade vorhin gesagt Katja Krasovic. Nein, ich hab nicht zuerst. Okay! Dann halt bei uns im Alter. Vielleicht die Milf vor mir gerade? Ich höre auf Alper! Vor mir ist ein Milf! Da! Da! Hast du gesehen? Die Milf! Nein! Sag jetzt ja! Ähm... Ähm... Keine Ahnung... Jetzt ehrlich... Keine Ahnung! Ja, ja... Safe keine Ahnung! Schöö! Aber mit wem würdest du sie jetzt mal geschehen? Vorstell ich hab's mir mit keinen, ein bisschen ruhig! Aber... Als erstes? Mit wem würd ich's als erstes auf der Erde treiben würd? Die Huren, die ich kaufen werde! Oh, du magst! Die Huren, die ich kaufen werde! Ich hab's mir mit keinen Spass! Keine Ahnung! Ich hab irgendeinen Namen! Ja, irgendeinen Namen! Weiss! Ähm... Okay, irgendein Opferd! Muss... Muss es ernst gemeint sein? Na... Na... Töhm... Aber ich hab sicher noch zwei, ich hab's für dich versäckert! Das ist der Passe, aber du hast mich verletzt. Ich hab mir das auch gemacht. Ich habe keine Probe, aber du hast mich geholfen. Aber ich habe mir die Verletzung. Ich habe dich geholfen. Was steht in meinem Mund fest, wartet. Uuuuhhhhhh. Nein, nein. Ich weiß nicht. Ähm. Aber was gibt es? Ja. Scheisse, ich weiß nicht. Das ist ein Morua. Safe, oder? Gehen wir zu denen. Jetzt sage ich irgendjemand, egal wer. Ja. Ein Morua, safe. Ich bin hier. Ja. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Du bist so low und du? Lirem, ich hab dich immer wieder gesehen Ja ok, ich sag mal Ruhe Ja und du? Nein, du bist doch großartig Ich hab dich immer wieder gesagt Ah, du? Lirem, du wichst dich rein und danach schluckst du es Und danach sag ich, ich habe Sex gehabt Du schluckst dir eine eigene Spermia, du Geisha Ich habe Angst, dass Ardits schwul wird Ich kann gar nicht Jerem? Ich habe ein alter Kollege Ich habe ein alter Kollege Was weiss ich nicht Ardits? Hä, was? Hä, Mini? Nein, ich habe Sex Ah, ich kann Luca holen Ardits sechs, mir Das was du lernen musst, bloß sagen Oder was ich gerade nicht weiss Uuuuhh Das ist die Challenge Öffnen Und looten Ey, ist jetzt das Lager viel für mich Ich brauche doppelt Leren Ähm Leren? Ja Was? Biss mal ruhig Wann soll ich schwul werden? Wallah Du steckst Du steckst einen Männerschwanz In deinen eigenen Arschloch Biss mal ruhig Kass Ach schwul Ich bin im Fight Und du ehrenlos Ehrenlos Weiss du was? Der geht doch Dich verkebe ich BUSH Wenn du Angst hast Scheisse Ich käfe gegen Teeter Dass der Pied auf dich geht Und du schreist da rum Eih Fick dich, du ehrenlose Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Ich löse das TikTok. Das wird unmöglich jemals einen Mund holen. Aber jetzt ehrlich. Bist du schwul, dass du das so denkst? Okay. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Bitte. Nein, nein, nein. Whatever. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Hey du versuchst nur ein Wort, ich wette. Nein, ist es nicht safe fordett. Möge Mähera Oh, mein Gott, was sind dein Volker? oh mein gott die größe hekt was du dich weiterkippt lehrim es ist so trurig dass der gegner mehr teammate ist als du er kommt da wenn du da jetzt so holst ich habe gerade acht es ist so trurig die gegner saft mich es ist so es ja es ja Genau. Welches Video? Hast du mir auch ein Video geschickt? Ja. Bitte los! Was? Bitte los! Ich schaue gerade, ich schwore, okay, heu nicht. Da, Lirim, HTS, YouTube, ich schwöre. Ich verschlöne dich nicht so. Ah nein, es ist ein TikTok. Save du! Ich schwöre, save sein eigener TikTok. Das wird mal artig werden. Hör auf, nein, ich schaue das nicht. Ich schaue das nicht. Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass er seinen eigenen Arm bricht. Ich weiss, dass es schaffen wird, aber ich habe Angst. Ich trabe mich. Ich trabe mich. Da? See? Salty. I have to go for a while. I have to go for a while. I have to go for a while. Pass auf, fette Musik. Warte, geh nicht! Skull! Skull! Ich will ihn killen! Oh my god, ich habe Skull super! Ich bin der beste Spieler! Oh my god, ich habe einen Teammate! Let's go! Oh my god. Ich hab ihn her bee territory. Wenn ich ehrlich bin, kann ich ihn gegen die Skull trooper machen. Name Jeb. paarne. Ich denke, ich habe ihn schon mal Taxi erreicht. Nicht aus. Jetzt educators alle formas. Hast du gesehen? Wie hast du die Traps ausgelöst, ohne einen Hit zu bekommen? Ja, ich bin abgehauen. Ich habe Angst. Oh mein Gott. Ich habe ihn gerade geholfen, aber ich kann ihn zurück. Revive bevor ich die Kutte hier nicht. Warum schau dir auf die Tür? Hast du die Tür reviven? Du bist so einer. Nein, ich habe ja Spass gemacht. Als ob ich das ernst meine. Hä? Als ob man, wenn man Skalduper OG killt, sich... HOLY FUCK! Du staubst mich auch hier, aber nachher stirb ich, gell? Ja, gell, das ist die Plan! Komm, kill den Wenzu. Kill den Wenzu. Wenn du, wenn du so abstaubst, dann darfst du auch nicht sterben beim abstauben. Ja, ja, was? Und nachher ist Krupp, und nachher ist von Grenade. Was für deine Mietraum. Wie viel Geld ihr habt, oder auch... Ach so, nein. Der Charakter ist am wichtigsten. Alles klar. Alles klar. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Lerim, Geduld bringt dich an deine Ziele! Teil 3 bin ich safe drin. Steinbock, passiert es noch da? Was? Ich hätte mir gar nicht alles gebrochen. Wie ist das? Ich habe keinen Glücksgeladen. Ich hätte nicht die Stimme gesagt. Sieht mir so scheiße. Ist das mein Stream jetzt? Mach! Ist das mein Stream jetzt? Mach! Was willst du von mir? Warum Stream schicken? Ich habe dir das Video geschickt. Ja, von meinem Stream, du Hirn. Nein! Ah, das war... Ah, sorry, sorry, sorry. Das war... Ich würde mir schon beim Sprung etwas brechen. Ich habe das Video geschickt. Ich hab dich nicht mehr in die Stimme gelangen. Ich bin nicht mehr im Stimme. Ich bin nie im Stimme. Ich habe das Video geschickt. Da sind wir mit dem D-Buy Und D-D-D-I-L Nein, das kann nicht, als ob ich so los bin und nicht hinzugehen. Was? Als ob du das noch nie in dein Leben gemacht hast. Ich schwöre, ich mache das immer, wenn ich dort bin. Immer wenn es angeschaltet ist, dann darf man als Spieler, das so ist es. Und das ist genau dort bei den PS4 Spielern. Das ist eine HP, aber ich muss sterben gehen. Jetzt habe ich mir nicht, dass es keine andere Waffe gibt. Ach so, irrenlos. Please, ruhig, ich stecke dir einen Anus in deinen Anus. PS, bitte schalte dich aus. Ich weiß nicht, dass ich zu geil bin. Ich kann jetzt noch keine Antwort rausgeben. Was meinst du mit keiner Antwort rausgeben? Ja, von vorher. Ich kann immer noch keine Antwort geben. Von was? Stimmt! Sag! Du hast dich so dumm verraten. Hör auf, sag! Du kannst es nicht so dreckig machen! Was denkst du? Willst du sterben oder so? Danke, Name, und ich schiebe dir ob es richtig ist oder schnell. Und du sagst schnell. Hier ist es da. Hoja! Telefon ist schnell. Hoja? Telefon ist schnell. Ich bin mal auf, sag. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Und du bist stärker. Ich bin ja, aber ich bin ja hier. Ihr kennt das. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja da. Was hast du gesagt, Gotham? Okay, Gotham, sehen wir, wenn wir sterben, ist deine Schuld. Wo gehst du? Gotham. Wie tief gehst du runter? Was ist? Ich wünsche, genau in dem Moment, wo du ein Teil greasy warst, wäre die Taco Time gewesen. Ich hätte dich weiss wie ausgelacht. Wir wollen das Gebäude. Wir sind tot. Ardit, bitte nicht so laut. Ich biniker. Mir zog, doch du! Ich biniker. Ja scheiße! Ich hab dich! Ich hab dich! Hier ist der Gegner, Gegner, Gegner! Einen HP hat den Bastard! Und der andere schreit um Fische! Den suche halt keinen Fisch! Den suche halt keinen Eizmonster! Der Kanaruto! Der Kanaruto! Ja? Ich habe so gewusst, dass die Artikel reagiert. Ich habe so gewusst. Der Kanaruto! Der Teul hat Mitleid mit dir. Ich bin ein wenig besser geworden. Lirem, nachher muss ich schnell 1x1 gegen Artit machen, um zu zeigen, dass ich wirklich ein wenig besser geworden bin. Mach Sureplay! Was für Sureplay? Sollte ich jetzt gehen oder nach der Runde? Nach der Runde? Ja, easy. Dann mache ich Sureplay und dann siehst du, dass auch ich ein wenig besser geworden bin. Dann kann ich vielleicht auch einen Hit geben. Ich habe nicht gewusst, wie gut du bist, aber ich weiß nicht, ob du besser geworden bist. Und dann du es siehst. Ich habe auch immer. Ich habe es nicht funktioniert! Ich habe es nicht funktioniert! Ich bin nicht mehr. Hör auf. Hör einfach auf. Hör auf. Ich hab immer... Ja! Werden wir E-Sportler. E-Sportler. Nein, ich spiele so viel mal. Mit Leere im Fortnite. Und mit Ardith Storm 4. Und vielleicht kaufe ich Leere mal Storm 4. Dann muss er auch kommen. Ich würde nicht kommen. Okay, dann kaufe ich es auch nicht. Komm rein. Was hast du mit dem Gebäude? Let's go. Leere im! Leere im! Als ob sie nicht so bindet, bis es nur nochmals so jemand drin ist. Revive! Ich lebe die Polizei weg dir. Ich lasse mich da gerade so laut. Weil ich brauche das Lager für die Pistole und die Falle und die Munition. Und das Holz. Aber wie man sieht. Warten wenn schon, bis ich mein Lager für gönnt habe. Ich schwör. Ich schwör. Welches gehen? 20. 20 KP. Ich brauche das. Aber ich will nicht. So. Scherbieter, ich danke dir. Du, du hast den Dirac. Er ist so ein scheitz Wichserlin. Weißt du was Wichserlin ist? Glaubst du, ich kacke ich, ich pachkosch.